Tinas Plan Eine halbe Stunde später trabten Bibi und Tina auf Sabrina und Amadeus durch den Falkensteiner Forst. Sie waren mit Tinas Freund Alexander von Falkenstein verabredet. Seit drei Tagen hatten Tina und Alex sich nicht gesehen. Eine Ewigkeit, wie Tina fand. Aber sie hatte mit den Ferienkindern einfach zu viel um die Ohren gehabt und Alex war ebenfalls schwer beschäftigt gewesen. Sein Vater hatte ihn in irgendwelche Verwaltungsangelegenheiten eingespannt und außerdem darauf bestanden, dass Alex jeden Tag zwei Stunden Mathe büffelte. Das Leben eines künftigen Grafen war eben nicht so angenehm, wie man vielleicht denken mochte. Aber die letzte Ferienwoche hatte auch Alex frei bekommen. Trotz der Vorfreude ließen sich Bibi und Tina Zeit. Sie waren zu früh dran und außerdem war der Ritt durch den Falkensteiner Forst mit all seinen herbstlichen Farben wunderschön. Noch immer wärmte die Sonne, wo ihre Strahlen durch das Blätterdach der Bäume drangen. Nach einer Weile hielten die beiden ihre Pferde an. Ein Eichhörnchen mit buschigem Schwanz huschte an einem Baumstamm empor. Als es die Reiterinnen bemerkte, hielt es kurz inne und betrachtete sie neugierig aus seinen Knopfäuglein. Dann lief es weiter den Stamm hinauf, als würden es dort oben dringende Angelegenheiten erwarten. Schließlich verschwand es im gelben Blätterdach. »Wie findest du eigentlich Isabella?«, fragte Tina unvermittelt, als sie weiter ritten. »Total nett«, erwiderte Bibi. »Ihr kleiner Bruder ist auch süß. Nicht so verzogen wie manche von den Ferienkindern. Wieso?« »Na ja, weil ich den Eindruck habe, dass sie an Holger interessiert ist.« »Ja, könnte sein«, erwiderte Bibi. Ihr war natürlich aufgefallen, wie seltsam sich Isabella verhielt, wenn Holger in der Nähe war. Wie sie in Gedanken verloren nachblickte, plötzlich verstummte oder grundlos rot wurde. Vielleicht ist sie in ihn verliebt? »Da bin ich mir sogar ziemlich sicher«, erwiderte Tina im Brustton der Überzeugung. »Und? Wie findest du das?«, fragte Bibi. Sie hatte schließlich keinen großen Bruder. Womöglich war Tina ja eifersüchtig. »Na, ich finde das super«, kam die Antwort. »Das Dumme ist bloß, dass Holger überhaupt nichts merkt. Er repariert seinen blöden Traktor und sonst macht er gar nichts. Das ist das Problem.« »Wieso ist das ein Problem?«, wollte Bibi wissen. »Ihr braucht den Traktor doch, oder?« »Ja, klar«, sagte Tina. »Aber es wird Zeit, dass Holger mal eine Freundin hat.« »Findest du nicht?« »Hm«, Bibi überlegte. »Papi sagt immer, in der Liebe soll man nichts überstürzen und so lang wie möglich seine Freiheit genießen.« »Man kann doch auch zu zweit seine Freiheit genießen«, entgegnete Tina. »Ich bin schließlich auch mit Alex zusammen, und das ist total schön.« »Naja, zumindest fast immer«, ergänzte sie nach ein paar Sekunden. »Manchmal streiten wir uns natürlich, aber meistens macht Alex, was ich will.« Bibi grinste. Tina hatte wirklich Glück. Alex machte fast alles, was sie wollte. Vermutlich, weil er genau dasselbe wollte wie Tina. »Naja, aber vielleicht steht Holger nicht auf Isabella«, wandte Bibi ein. »Manchmal beruht die Verliebtheit ja einfach nicht auf Gegenseitigkeit.« »Ja, das weiß ich doch«, sagte Tina etwas ungeduldig. »Aber ich glaube, Holger ist einfach zu schüchtern.« »So kann das jedenfalls nie etwas werden.« Sie verstummte plötzlich. Sie hatten den Rand des Falkensteiner Forsts erreicht. Vor ihnen lag die große Wiese, in deren Mitte die alte Eiche thronte, wo sie mit Alexander verabredet waren. Auf der anderen Seite der Wiese war ein Reiter aufgetaucht, der sich im schnellen Galopp näherte. »Alex«, rief sie. »Los, Amadeus!« Tina galoppierte sofort los. Bibi jedoch ritt in gemächlichem Trab weiter. Sie sah, wie ihre beiden Freunde die alte Eiche erreichten, von ihren Pferden sprangen und sich umarmten. Kurz darauf war sie bei ihnen, und Alex und sie begrüßten sich ebenfalls, wenn auch weniger überschwänglich. Sie sattelten ihre Pferde ab, die sich mit einem kurzen Vian begrüßt hatten. Dann begannen Maharadscha, Sabrina und Amadeus einträchtig nebeneinander zu grasen, wie alte Freunde, die sich nicht viel zu sagen brauchten, um sich zu verstehen. Bei Bibi, Tina und Alex gab es dagegen viel zu bereden. Tina beschäftigte noch immer das Thema Holger und Isabella. »Alex«, fragte sie, »findest du es schön, eine Freundin zu haben?« Alex blickte Tina verwirrt an. »Worauf wollte sie hinaus? War das eine Fangfrage? Wollte sie ihn auf die Probe stellen? Hatte er irgendetwas falsch gemacht?« Aber Alex fiel nichts ein. Also erwiderte er einfach, was er dachte. »Klar finde ich es schön. Aber Reiten finde ich auch schön.« Diese kleine Einschränkung schien Tina nicht zu ärgern, da es ihr ganz genau so ging. »Siehst du«, sagte sie triumphierend zu Bibi, »Alex findet auch, dass es schön ist, und deshalb will ich, dass mein Bruder eine Freundin hat.« Sie begann, Alex in den höchsten Tönen von Isabella vorzuschwärmen. Wie nett, klug, hübsch und witzig sie sei und dass sie total in Holger verliebt sei, der aber keinen Finger rühre, um sie besser kennenzulernen. »Sag mal, Tina«, Alex starrte seine Freundin ungläubig an. »Das hört sich an, als wolltest du Holger mit dieser Isabella verkuppeln. Verkuppeln? Ich finde aber, bei so etwas sollte man sich nicht einmischen.« »Natürlich nicht«, stimmte Tina ihm zu. »Aber Männer sind manchmal einfach schwer von Begriff. Man könnte Holger einen kleinen Schubser geben, damit er sich in die richtige Richtung bewegt.« »Einen kleinen Schubser?«, wiederholte Alex. »Also für mich hört sich das immer noch sehr nach Verkuppeln an. Das hat mit Verkuppeln überhaupt nichts zu tun«, entgegnete Tina entschieden. Sie sah Bibi an. »Könntest du da nicht etwas machen?« »Ich?« Bibi war vollkommen verdutzt. Was hatte sie damit zu tun, ob Holger und Isabella sich ineinander verliebten oder nicht? »Du könntest doch was hexen«, schlug Tina vor. »Hexen«, Bibi schüttelte heftig den Kopf. »Nein, das geht wirklich nicht.« Sie erklärte ihrer Freundin, dass Liebeshexereien streng verboten seien. »Wer redet denn von Liebeshexereien?«, lenkte Tina ein. »Du sollst bloß hexen, dass Holger nicht mehr so schüchtern ist. So etwas wird ja wohl nicht verboten sein, oder?« »Hm«, Bibi überlegte. »Nein, verboten war so etwas nicht. Sie kannte sogar einen sehr guten Hexbruch gegen Schüchternheit. Aber wenn Holger nicht auf Isabella steht, nützt das alles nichts«, sagte sie. »Ich weiß schon, wie wir's machen«, sagte Tina. »Wir überreden Holger, dass er morgen mit zum Eisessen nach Rotenbrunn kommt. Vielleicht können wir danach noch etwas mit Isabella unternehmen, und dabei unterhält er sich vielleicht mal länger mit ihr. Ansonsten hilfst du einfach mit deinem Hexbruch nach. Dann werden wir schon sehen, was passiert.« Dagegen hatte Bibi nichts einzuwenden. Auch Alex fand, dass an dem Plan nichts auszusetzen sei. »Ich komme auch mit«, sagte er. »Ich will diese Isabella unbedingt kennenlernen, wenn sie so toll ist.« »Toll für Holger«, erwiderte Tina verschmitzt lächelnd. »Für dich bin nur ich toll, damit das klar ist.« Völlig klar. Auch Alex musste jetzt lachen. »Wie wär's jetzt mit einem Wettreiten zur alten Mühle? Maharadscha braucht Bewegung, die letzten Tage stand er zu viel im Stall.« Bibi und Tina fanden diese Idee super. Außerdem brauchten Amadeus und Sabrina ebenfalls dringend Bewegung. Also sattelten sie ihre Pferde wieder und schwangen sich auf ihre Rücken. »Hüa!«, rief Bibi übermütig, und schon galoppierten die drei über die abgemähten herbstlichen Wiesen Richtung Alte Mühle. Wettreiten mit Holger Holger hatte es am Vortag tatsächlich noch geschafft, den alten Traktor zu reparieren. Es war schon dunkel gewesen, als er beim Schein der Scheunenlampe den Motor wieder zusammengesetzt und eingebaut hatte. Anschließend war er mit dem Traktor auf dem Hof herumgefahren. Frau Martin, Bibi und Tina hatten dabei gestanden, und immer wieder hatte Holger gerufen, »Hört ihr das? Hört ihr das?« Die drei hatten nichts Auffälliges gehört, nur das gleichmäßige Knattern des Motors. »Genau so muss es sich anhören«, hatte Holger triumphierend verkündet. Das verdächtige Geräusch war verschwunden. Mit etwas Glück würde der Traktor weitere 20 Jahre laufen. Holger war überzeugt, diese alten Maschinen waren einfach nicht kaputt zu kriegen, wenn man sie ordentlich behandelte. Jetzt saßen sie alle vier beim Frühstück, und Holger hatte gute Laune. Normalerweise beendete er sein Frühstück als erster und machte sich dann gleich an die Arbeit. Heute jedoch ließ er sich Zeit und schenkte sich eine zweite Tasse Kaffee ein. Das waren gute Voraussetzungen für den Plan, den Bibi und Tina am Vortag geschmiedet hatten. »Na, was habt ihr heute vor?« fragte Frau Martin die beiden. Tina biss gerade von ihrem Brötchen mit selbstgemachter Erdbeermarmelade ab, weshalb sie erst einmal kauen musste und Bibi das Antworten übernahm. »Wir reiten nach Rotenbrunn und besuchen Isabella in der Eisdiele«, sagte sie. »Dich nehmen wir auch mit, großer Bruder«, schaltete sich Tina ein. »Isabella hat dich schließlich auch eingeladen.« »Ach, das war sicher bloß aus Höflichkeit«, meinte Holger und nahm einen Schluck Kaffee. »Nein, bestimmt nicht«, erwiderte Tina. »Sie mag dich.« »Den Eindruck hatte ich auch«, warf Frau Martin ein. »Quatsch«, Holger schüttelte heftig den Kopf. Bildete Bibi sich das ein, oder war er ein bisschen rot geworden. Das konnte allerdings auch daran liegen, dass die Sonne gerade direkt zum Küchenfenster hereinschien. »Aber wieso eigentlich nicht«, sagte Holger plötzlich. »Zum Eisessen komme ich mit. Ein paar Stunden kann ich mir schließlich auch mal freinehmen. Außerdem braucht Pascal dringend Bewegung.« Bald darauf brachen die drei auf. Eilig hatten sie es nicht, also ließen sie die Pferde in gemächlichem Trab laufen. Auf diese Weise würden sie eine Weile brauchen, bis sie in Rotenbrunn waren. Pünktlich zum Mittagessen würde es heute einen leckeren Eisbecher geben. Zunächst folgten sie dem gewohnten Weg zum Schloss Falkenstein, wo sie Alex abholen wollten. Schon bald tauchten die Türme und Zinnen des Schlosses auf, und Alex, der mit Maharadscha vor der Schlossmauer auf sie gewartet hatte, kam angaloppiert. »Da seid ihr ja endlich«, rief Alex. »Ich habe mich gleich nach dem Frühstück aus dem Staub gemacht, sonst kommt Vater noch auf die Idee, mir irgendeine sinnvolle Beschäftigung aufzubrummen. Er kann es einfach nicht haben, wenn ich mal eine halbe Stunde nichts tue. Dabei sind doch Ferien.« »Genau«, nickte Bibi. »Die Ferien sind zum Faulenzen da und um das Leben zu genießen.« Holger lachte nur. »Dann genießt es mal, solange ihr noch jung seid. Der Ernst des Lebens beginnt früh genug.« »Um das Leben zu genießen, ist es nie zu spät«, gab Tina zurück. »Nicht einmal in deinem Alter, großer Bruder.« Übermütig schnalzte sie mit der Zunge und trieb ihren Amadeus an. Sie ritten weiter. Der Weg führte über schmale Feldwege und anschließend durch ein großes Waldstück. Als sie es durchquert hatten, lag Rotenbrunn vor ihnen. Eine abgemähte Wiese trennte sie von der mittelalterlichen Stadtmauer, die das Städtchen umgab. »Los, machen wir ein Wettreiten«, schlug Tina vor. »Wer als Erster bei dem Baum ist?« Sie zeigte auf eine Eiche, die ein Stück vor der Stadtmauer aufragte. »Machst du mit, Holger?« »Aber sicher«, erwiderte Holger lachend. »Jetzt werde ich euch mal zeigen, wozu ich in meinem Alter in der Lage bin.« »Da bin ich ja mal gespannt«, rief Tina. »Hüah!« Schon galoppierte sie los. Bibi und Alex folgten ihr sogleich. Alle drei hatten einen guten Start hingelegt. Im Gegensatz zu Holger. Schon lagen sie eine Pferdelänge vor ihm. »Dir werden wir es zeigen, großer Bruder!« freute sich Tina. Die drei holten alles aus ihren Pferden heraus, denn gegen den älteren Holger zu gewinnen, machte natürlich besonderen Spaß. Aber noch war es nicht so weit. Holger holte auf und zog schließlich mit ihnen gleich. Und dann galoppierte er unaufhaltsam an ihnen vorbei. Pferd und Reiter waren wie miteinander verwachsen. Schließlich sahen Bibi, Alex und Tina nur noch die Hinterhufe von Pascal, die dicke Erdbrocken durch die Luft schleuderten. Mit zwei Pferdelängen Vorsprung erreichte Holger den Baum und parierte lässig durch. »Alle Achtung, großer Bruder! Von dir kann man noch was lernen«, meinte Tina respektvoll. »Tja, ich bin schließlich Reitlehrer«, erwiderte Holger. »Außerdem kann man beim Reiten immer etwas dazulernen. Aber ihr Jungen denkt ja, dass ihr schon alles wisst.« Die drei kicherten. Solche kleinen Wortgefechte mit dem etwa vier Jahre älteren Holger machten ihnen großen Spaß. Meistens war Holger viel zu ernsthaft und zu beschäftigt, um mit ihnen auf diese Art zu reden. Sie ließen ihre Pferde im Schritt an der Stadtmauer entlang gehen, auf die schmale Landstraße zu, die durch das alte Stadttor nach Rotenbrunn hineinführte. »Seht mal!« Alex zeigte auf ein großes, buntes Plakat, das an der Stadtmauer klebte. »Der große Preis von Rotenbrunn«, stand darauf, in leuchtend roten Buchstaben. Darunter war ein Foto von einem Pferderennen zu sehen. »Darüber habe ich heute Morgen etwas in der Zeitung gelesen«, verkündete Alex. Sein Vater legte Wert darauf, dass Alex jeden Morgen Zeitung las, damit er wusste, was in der Welt vor sich geht. Jetzt konnte er ihnen immerhin etwas über das bevorstehende Rennen berichten. Es wurde von dem alteingesessenen Rotenbrunner Rennstall Rettberg veranstaltet, der schon seit über 100 Jahren Rennpferde ausbildete. Der momentane Besitzer hieß Bruno Rettberg, ein ehemaliger Tierarzt, der den Stall vor fünf Jahren übernommen hatte. Davor hatten ihn sein Bruder und dessen Frau geleitet, die bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren. Früher hatte Vater dort auch ein Pferd stehen, aber nachdem Bruno Rettberg den Stall übernommen hat, lief es nicht mehr so gut, fuhr Alex fort. Kein Trainer habe es lange bei ihm ausgehalten. Seit Neuestem arbeite seine Nichte Kitty mit. Im Gegensatz zu ihrem Onkel soll sie etwas von Pferden verstehen und eine tolle Reiterin sein, sagte Alex. Vater meint, Bruno Rettberg will mit dem großen Preis von Rotenbrunn hauptsächlich Werbung für seinen Rennstall machen. Deshalb darf sogar ein Amateurreiter teilnehmen. Echt? Da könnte doch Holger mitmachen, schlug Bibi vor. Ja, genau, rief Tina begeistert. Du machst mit, Holger, und wir kommen alle und feuern dich an. Holger schüttelte lächelnd den Kopf. Für so etwas habe ich wirklich keine Zeit. Außerdem ist das Rennen schon morgen. Wann sollte ich da trainieren? Pff, machte Tina. So wie du reitest, steckst du die auch ohne Training in die Tasche. Holger schüttelte noch einmal den Kopf. Ich fürchte, du überschätzt mich, Schwesterchen. Das sind lauter Profis, gegen die hätte ich keine Chance, sagte er. Jetzt reiten wir erst mal zur Eisdiele. Schließlich habe ich mir einen Eisbecher als Siegespreis verdient. Oder? Da hatte Holger allerdings recht. Doch Bibi, Tina und Alex waren der Meinung, dass sie sich ebenfalls Eisbecher verdient hätten. Wenn schon nicht als Sieges, dann zumindest als Trostpreis. Die vier hatten nun die Landstraße erreicht. Kurz darauf ritten sie durch das Stadttor von Rotenbrunn. Dolce Vita Vor ihnen lag die kopfsteingepflasterte Marktstraße von Rotenbrunn. Auch wenn nicht viel Verkehr herrschte, stiegen die vier lieber ab und führten ihre Pferde am Straßenrand weiter. Guck mal, Mama, sagte ein kleines Mädchen zu ihrer Mutter, die einen Rauhardackel an der Leine führte. Die gehen mit ihren Pferden Gassi! Bibi und Tina kicherten, als sie das hörten. Schließlich erreichten sie das Eiskaffee Carboni. Es lag an einer ruhigen Ecke im Schein der Herbstsonne. Um diese Zeit war nicht viel los. Schülerinnen und Schüler, die jetzt Ferien hatten, kauften sich ein Eis in der Waffel und zogen damit zum Stadtbrunnen weiter, einem beliebten Treffpunkt für die Jugendlichen der Stadt. Einige ältere Frauen und Männer saßen an den Tischen des Cafés, genossen einen Eisbecher oder ein Stück Kuchen und tranken dazu eine Tasse Kaffee, während mehrere Spatzen emsig zwischen den Tischen umherhüpften, um Kuchenkrümel zu erbeuten. Die vier banden ihre Pferde an einer Straßenlaterne fest und ließen sich an einem der runden Metalltischchen nieder. Sofort erschien Isabella in der Glastür des Eiskaffees. Sie trug eine weiße Bluse und einen schwarzen Rock mit Schürze. Hallo, da seid ihr ja! Strahlend kam sie auf sie zu und blickte alle der Reihe nach an. Du bist bestimmt Tinas Freund, sagte sie und lächelte Alex schelmisch an. Tina hat schon viel von dir und euren Zukunftsplänen erzählt. Welche Zukunftspläne denn? fragte Alex einigermaßen verwirrt. Ach, nicht so wichtig, schaltete sich Tina schnell ein, bevor Isabella noch genaueres berichtete. Wie lange arbeitest du heute eigentlich noch, Isabella? Bis zwölf, kam die Antwort. Danach übernimmt mein Vater und ich hab frei. Wieso? Naja, vielleicht könnten wir noch etwas zusammen unternehmen, sagte Tina. Wenn wir schon hier sind und den weiten Weg gemacht haben. Holger hat sicher auch Lust, stimmt's? Jetzt waren alle Augen auf Holger gerichtet. Ich muss leider wieder zurück, sagte er. Auf so einem Reiterhof gibt es eben immer Arbeit, fügte er mit einem Schulterzucken hinzu. Isabellas erwartungsvolles Lächeln erstarb. Tja, verstehe, sagte sie nur. Holger sei kein Spielverderber, rügte Tina ihren Bruder. Sie wandte sich an Isabella. Bring uns erst mal einen Eisbecher, dann kommt Holger garantiert auf andere Gedanken. Isabella lächelte schon wieder. Alles klar, ich bringe euch unseren Eisbecher Dolce Vita, das heißt süßes Leben. Der ist so lecker, wer den gegessen hat, hat keine Lust mehr zu arbeiten. Schon drehte sie sich um und eilte zurück in die Eisdiele. Äh, ich muss dringend mal aufs Klo, meinte Tina, sobald Isabella weg war. Du doch auch, Bibi, oder? Äh, ja, stimmt, entgegnete Bibi. Ganz dringend sogar. Holger und Alex blickten den Mädchen verwundert hinterher, als sie plötzlich aufstanden. In Wahrheit wollten Bibi und Tina nur in Ruhe ihr weiteres Vorgehen besprechen. Ich frage mich echt, ob Holger nur schüchtern ist, überlegte Tina. Oder interessiert ihn Isabella nicht? Die beiden standen vor den Spiegeln in der Gästetoilette des Cafés und wuschen sich die Hände. Schwer zu sagen, erwiderte Bibi. Sie hatte ihre Hände jetzt lange genug gewaschen und streckte sie unter das Heißluftgebläse. Wie auch immer, Tina hielt ihre Hände neben die von Bibi. Du musst jetzt hexen, sonst wird das nichts. Also gut, wenn du meinst. Bibi war zwar nicht ganz wohl bei der Sache, aber falls Holger nicht an Isabella interessiert war, würde ihr Anti-Schüchternheits-Hex-Spruch sowieso nichts nützen. Also konnte eigentlich gar nichts schief gehen. Oder? Verhext Während Holger und Alex auf ihre Eisbecher und auf Bibi und Tina warteten, unterhielten sie sich über ihre Lieblingsthemen. Pferde und Reiten. Doch plötzlich kam mit lautem Knattern ein rosafarbener Motorroller um die Ecke gebogen. Vor der Eisdiele hielt er an. Die Fahrerin nahm ihren Helm ab, warf ihren Kopf zurück und langes, blondes Haar fiel ihr auf den Rücken. Sie war etwa 20 Jahre alt und sehr schick gekleidet, passend zu ihrem Motorroller ganz in rosa und weiß. Selbst ihre Lippen hatte sie in der Farbe ihres Rollers geschminkt. Nicht nur Holger und Alex schauten neugierig, auch einige andere Besucher musterten die junge Frau. Aber interessierte Blicke schien sie gewöhnt zu sein. Ohne mit der Wimper zu zucken stieg sie von ihrem Motorroller, setzte sich an einen freien Tisch und schlug die Beine übereinander. Dann zog sie ein strassbesetztes, ebenfalls rosafarbenes Handy aus ihrer kleinen, sicher sehr teuren Handtasche und begann Nachrichten zu tippen. Das ist Kitty Redberg, flüsterte Alex. Ich hab ihr Foto in der Zeitung gesehen. Aber in Farbe sieht sie besser aus. Die Nichte des Rennstallbesitzers, flüsterte Holger zurück. Er ließ die junge Frau nicht aus den Augen. Ja, genau. Alex nickte. Sie soll eine super Reiterin sein und nimmt auch an dem Rennen teil. Kitty Redberg holte jetzt eine große Sonnenbrille aus ihrer Tasche und setzte sie auf. Isabella kam zu ihr an den Tisch und Holger und Alex hörten, wie sie einen Cappuccino bestellte. In diesem Moment kamen Bibi und Tina von der Toilette zurück. An der Tür der Eisdiele hielten sie an, da sie besprochen hatten, dass Bibi von hier aus hexen sollte. So würde Holger, der ihnen den Rücken zuwandte, nichts merken. Isabella bediente gerade am Nebentisch und wandte ihnen ebenfalls den Rücken zu. Das war der ideale Moment. Ene Mähne sei ein Mann, nicht so schüchtern, sprich sie an. Hex, Hex, rief Bibi und hob beide Hände, wobei die linke auf Holger wies, die rechte auf Isabella. Ein leises Pling-Pling ertönte, Hexsternchen strömten aus ihren Fingern. Fräulein, zahlen, rief ein älterer Herr. Komme sofort, erwiderte Isabella und trat zu ihm an den Tisch. Während die Hexsternchen aus Bibis linker Hand auf Holger trafen, schwirrten die Hexsternchen aus Bibis rechter Hand auf den Gast zu, an dessen Tisch Isabella eben noch gestanden hatte. Kitty Rettberg. Im nächsten Augenblick stand Holger auf und ging zu Kittys Tisch. Was soll das denn? Flüsterte Tina aufgeregt ihrer Hexenfreundin zu, während sich die beiden Mädchen beeilten, wieder an ihren Tisch zu kommen. Hallo, mein Name ist Holger, hörten sie Tinas Bruder sagen, kaum dass sie wieder auf ihren Plätzen saßen. Holger, Martin. Kitty war immer noch damit beschäftigt, eine SMS zu tippen. Sie ließ sich Zeit, bevor sie langsam ihren Blick hob. Und? Das war alles, was sie sagte. Oh Mann, ist die eingebildet, zischte Tina, Alex und Bibi zu. Aber Holger ließ sich nicht beirren. Bibis Antischüchternheitshex- Spruch hatte ganze Arbeit geleistet. Ich habe gehört, dein Onkel sucht noch einen Amateurreiter, der beim großen Preis von Rotenbrunn mitmachen will, sagte er. Ich möchte mich anmelden. Immerhin nahm Kitty jetzt ihre Sonnenbrille ab und musterte Holger von oben bis unten. Kannst du überhaupt reiten? fragte sie herablassend. Ich denke schon, erwiderte Holger. Ich bin Reitlehrer für Kinder. Wirklich? Reitlehrer für Kinder? wiederholte Kitty spöttisch, wobei sie ihn herausfordernd anblickte. Also wenn du dich unbedingt blamieren willst, musst du dich schon bei meinem Onkel selbst anmelden. Er dürfte gerade in seinem Büro sein. Alles klar, sagte Holger. Wir sehen uns dann beim Rennen. Er kehrte zu Bibi, Tina und Alex an den Tisch zurück, allerdings ohne sich wieder zu setzen. Ich muss los, verkündete er im Gehen, zum Rennstahl Rettberg. Das haben wir gehört, sagte Tina, aber wieso willst du jetzt doch am Rennen teilnehmen? Ich hab's mir eben anders überlegt, erwiderte Holger. Er war schon dabei, Pascal loszubinden. Moment, Tina sprang auf, wir kommen auch mit. Gleich darauf schwangen sich alle vier in die Sättel und ritten los. Als Bibi sich noch einmal umwandte, sah sie Isabella gerade aus der Eisdiele kommen. Sie trug ein Tablett mit vier riesigen Eisbechern in den Händen. Mit großen Augen blickte sie ihnen hinterher. Bibi zuckte mit den Schultern, um ihr zu zeigen, dass etwas Unvorhergesehenes passiert war und sie schnell weg mussten. Für Erklärungen war keine Zeit, denn Holger ritt in einem schnellen Trab soeben geschehen war. Die Arme, dachte Bibi. Offensichtlich war sie in Holger verliebt, aber der interessierte sich jetzt plötzlich für Kitty Rettberg und das bloß, weil ihr Hexspruch im wahrsten Sinne des Wortes daneben gegangen war. Amen.